Dass man in Argentinien nicht nur Diego Maradona feiert, zeigte Fabrizio Coluccini beim Spiel San Lorenzo gegen Atletico Huracan. Seine Sinedine Zidane-Roulette-Version, jedoch ein wenig schmerzhafter als das Original. Der San Lorenzo-Abwehrmann sah für den missglückten Trick an Israel de Monte glatt rot. Am Ende gab es nur noch eine Runde Fremdschämen für Coluccini und ein 0 zu 0.